Mein Name ist Vanessa. Ich arbeite hier bei der Siemens Mobility GmbH in der Lackiererei. Hauptsache lackieren wir Wagenkästen und Frontenden. Ich habe meine Lehre hier 2013 angefangen als Lackierer. Damals dachte ich wirklich, es ist Bandarbeit, es ist monoton. Aber es ist wirklich ein reiner Handwerksjob. Und es ist halt einfach cool, dass man verschiedene Dinge macht. Man hat verschiedene Kunden, man hat verschiedene Aufgaben. Wir haben welche für die Basis, wir haben welche für den Endlack. Dann gibt es einen Finish-Bereich, wo mehrere Leute arbeiten. Und dann gehört auch noch zum Beispiel die Beschriftung zu uns. Wir sind ein Team aus vier Leuten, überschichtlich verteilt. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Ohne einander gründen wir nicht. Also jeder baut auf den anderen auf. Das heißt, wenn ich in der Frühschicht bin, dann muss ich darauf zählen, dass mein Kollege in der Spätschicht das super weitermacht. Und man weiß, es funktioniert. Dass wenn man sagt, okay, ich gehe nach Hause, ich weiß, mein Kollege macht das super. Aber zukünftig kann ich mir schon vorstellen, dass ich hier bleibe auf jeden Fall, weil die Firma auch unterstützt, wenn man sich weiterbilden möchte. Egal, ob es Richtung Meister, Richtung Techniker ist. Ich habe einen Job gefunden, der super zu mir passt, was ich nie gedacht hätte. Aber ich könnte mir jetzt nichts mehr anderes vorstellen. Ich habe einen Job gefunden, das ist, wenn man sich verändert. Untertitelung des ZDF, 2020